Ah, bleib' der Himmel' weißes Sterne Ah, die Wünsche' uns erweht Guten Abend und herzlich Willkommen zur feierlichen Eröffnung des Weihnachtsmarkt im Berg 2011. Wir glauben, dass der Markt deutlich gemütlicher und heimiliger geworden ist und freuen uns sehr über das Ergebnis. Ich hoffe, es gefällt Ihnen auch. Was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne die kulinarischen Köstlichkeiten? Probieren Sie unseren Ofen Warmdom Spekulatius. Das kann Bio-Flammkuchen sein, Bio-Waffeln, das wäre jetzt eher was für mich. Und vorher noch eine Bio-Bratwurst. Musik 50.000 Euro für gemeinnützige Projekte in dieser Stadt. Musik sharpenmer Sternen Ich gebe Ihnen... Die möchten wirklich die roten vorstellen Ja, die möchten die roten, ja? Die kriegen die roten. Oh, das war nett. Vielen lieben Dank. Das Besondere ist einfach tatsächlich, dass er in diesem Jahr besonders schön gelungen ist. Ich finde die beleuchteten Dächer sehr schön. Und dass der mir das Gefühl gibt, man ist unter einem guten Dach. Das Lichterzelt ist ganz toll. Gut gefallen mir auch die Sterne. Ich finde, dass der traumhaft schön ist. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.